Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Paris'e yapmayı düşünüyorum. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Londra'ya gitmeyi düşünüyorum. Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Nein, ich habe es noch nie gelesen. Nein, ich habe es noch nie gelesen. Heil, daha önce okumadım. Ich habe es vor fünf Jahren gelesen. 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 Wohin gehst du morgen? Wohin gehst du morgen? Hierin nereye gidiyorsun. Ich fahre nach Mailand. Milano gidiorum. Ich werde nach Hause gehen. Ich werde nach Hause gehen. Ewe gidijam. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Okula gidijam. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Neden Okula gidijam? Deshalb werde ich nicht gehen. Deshalb werde ich nicht gehen. Bu nedain le gitmeje jeem. Ich möchte heute nicht gehen. Ich möchte heute nicht gehen. Bugün gitmek istemiyorum. Werden ihre Kollegen zu ihrer Hochzeit kommen? Werden ihre Kollegen zu ihrer Hochzeit kommen? Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Freunde werden kommen. Evet, on arkadaşım gelecek. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Sanırı gelemeyecekler. Willst du essen? Willst du essen? Yemek yemek ister misin? Nicht jetzt, ich werde es später essen. Nicht jetzt, ich werde es später essen. Şimdi di, daha sonra yiyeceğim. Ja, ich bin sehr hungrig. Ja, ich bin sehr hungrig. Ja, ich bin sehr hungrig. Kannst du Michael helfen? Kannst du Michael helfen? Michael Ağa yardımcı olabilir misin? Sicher, warum nicht? Sicher, warum nicht? Tabii, neden olmasın? Nein, da kann ich nicht hingehen. Nein, da kann ich nicht hingehen. Hayır, oraya gidemem? Sicherlich. Sicherlich. Ey, bitte. Was kostet diese Hose? Was kostet diese Hose? Bu pantolonun 14 nedir. 23 Dollar. 23 Dollar. 23 Dollar. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Nihayet geldin, neden geç kaldin? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışmak zorundaydım. Ich bin noch nicht zu spät. Ich bin noch nicht zu spät. Çok geç kalmadım. Was für ein Mann war Michael? Was für ein Mann war Michael? Michael. Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Besitzen Sie diesen Teil des Autos? Besitzen Sie diesen Teil des Autos? Arabanın bu parçasından elinizde var mı? Elimde bundan yok. Wie viele wollen Sie? Wie viele wollen Sie? Kaç tane ist yoursunus? Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Ein Nenis'in adı nedir? Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ein Nenis'in adı Mary'dir. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Bugün toplandiyakatla meyacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Warum machst du nicht mit? Warum machst du nicht mit? Nedanketel Mürsün? Veil, danke für die Information. Veil, danke für die Information. Ok, bilgi için teşekkürler. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Müşteri ile Randevusatimizi onayladın mı? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Evet, konuştum ve bu konu da net zaten bile ledig. Ich werde in 2 Stunden sprechen. Ich werde in 2 Stunden sprechen. İki saat sonra konuşajalım. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Saat kaç gibi okula gideceksin? Saat kaç gibi okula gideceksin? Ich werde morgen nicht gehen. Ich werde morgen nicht gehen. Yeren gitmeyijim. Ich werde morgen 18.00 Uhr in der Schule sein. Ich werde morgen 18.00 Uhr in der Schule sein. Akşam altı gibi okulde olurum. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Küçüncü Sınıfa gidiyorsun? Ich gehe in die fünfte Klasse. Ich gehe in die fünfte Klasse. Büsüncü Sınıfa gidiyorum. Ich ging zur Universität. Ich ging zur Universität. Universiteje geçtim. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ein selden renk hangisidir. Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Möveren gitokse verim. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Siyah rengi chokse verim. Wann beginnt ihre neue Stelle? Wann beginnt ihre neue Stelle? Jene göreviniz ne zaman başlayacak? Ich denke, ich fange nächste Woche an. Ich denke, ich fange nächste Woche an. Sönerim hofte er baschleje gelm. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Bu konuda bir düzeltme yapılması gerekiyor mu? Nein, alles funktioniert. Nein, alles funktioniert. Hayır, Herr şey çalışıyor. Das gesamte Projekt muss von Anfang angeschrieben werden. Baştan tüm Projenin yazılması gerekiyor. Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Ayağın da sıkıntı var mı? Ja, mein Knöchel tut weh. Ja, mein Knöchel tut weh. Evet, ayak bileğim ağrıyor. Nein, ich habe keine Probleme. Nein, ich habe keine Probleme. Hayır, herhangi bir problemim yok. Warum lernen wir Englisch? Warum lernen wir Englisch? Niçin İngilizce öğreniyorum? Ich versuche für die Schule zu lernen. Ich versuche für die Schule zu lernen. Okul için öğrenmeye çalışıyorum. Ich lerne für meinen Job. Ich lerne für meinen Job. İşim için öğreniyorum. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Çok önemli olduğunu biliyorum. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse niz nedir. Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglangatemail.com Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglangatemail.com Benim E-Mail-Adressimteachlangatemail.com Diz Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Kontroll edilmesi gereken başka konu var mıdır? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Database bağlantısı kontrol edilmeli. Server müssen überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Serverlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Bu toplantıya katılacak kişileri tanıyor musun? Nein, ich kenne niemanden. Nein, ich kenne niemanden. Hayır, kimseyi tanımıyorum. Ja, ich kenne sie alle. Ja, ich kenne sie alle. Evet, hepsini tanıyorum. Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Michael Schoan da neyepür. Er geht ins Restaurant. Er geht ins Restaurant. Lokantaya gidiyor. Er geht nach Hause. Er geht nach Hause. Eve doğru yürüyor. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Hangi sınıftasın? Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Hazirlik sınıfındayım. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Üniversiteye yeni başladım. Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Yürün nereye gitmek istersin. Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Besiktasho gitmek isterem. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Final mochuna gitmek isterem. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Kupa maçına gitmek isterem. Woher kommst du? Woher kommst du? Nerelisiniz? Ich bin Amerikaner. Ich bin Amerikaner. Amerikalıyım. Ich komme aus England. Ich komme aus England. In Giltere dahin geliyorum. Was müssen sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Was müssen sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Sınavı geçmek için ne yapman lazım? Ich muss mehr arbeiten. Ich muss mehr arbeiten. Daha fazla çalışmam lazım. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Zaten başarılı olacağıma inanıyorum. Wer kam nach Hause? Wer kam nach Hause? Eve kim geldi? Michael kam früh am Morgen an. Michael kam früh am Morgen an. Sabah erken, sagte Michael geldi. Abends kam meine Freundin. Abends kam meine Freundin. Akşam kız arkadaşım geldi. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Problem nedir? Ich habe meinen Flug verpasst. Ich habe meinen Flug verpasst. Ich habe mein Geld verloren. Ich habe mein Geld verloren. Paramık kaybetim. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu ina numaz bi araba. Hangin ise ait. Mein Auto. Mein Auto. Benim Arabam. Nicht unseres. Nicht unseres. Bizim deal. Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Telefonumu yarın tamir'den alacak mısın? Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Yarın saat sekizde alacağım. Es wurde noch nicht repariert. Es wurde noch nicht repariert. Henüs tamir edilmemiş. Können wir heute zusammenarbeiten? Können wir heute zusammenarbeiten? Bugün billig tecelişe bilir mis. Ich bin heute nicht sehr fit. Ich bin heute nicht sehr fit. Bugün çok uygun değilim. Klar, wann immer sie wollen. Klar, wann immer sie wollen. Tabii, istedigin zaman. Gibt es zu diesem Thema viele vorurteile? Gibt es zu diesem Thema viele vorurteile? Bu konuda insanların çok fazla önyargısı var mıdır? Ja, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Aber da ist. Ja, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Aber da ist. Evet, toplumlara göre değişir. Ama var. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber wenn man intensiv sucht, kann man sie finden. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber wenn man intensiv sucht, kann man sie finden. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, wenn man sie finden. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, wenn man sie finden. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ne içmek istersin? Kann ich Wasser haben? Kann ich Wasser haben? Kann ich Te haben? Kann ich Te haben? Çay alabilir miyim? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Üç gün önce Mathematik ödevine werde. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Hala bi ödev wer mide. Kann ich etwas Geld leihen? Kann ich etwas Geld leihen? Bir az borçala bilir miyim. Leider habe ich auch nicht viele. Leider habe ich auch nicht viele. Malesef, ben dede çok yok. Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Sana ne kadar lazım. Kannst du mir dieses Bild zeigen? Kannst du mir dieses Bild zeigen? Es sollte in meiner Tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Es sollte in meiner Tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Chantamde olmalı. Bilde kika bekler misin lütfen. Spreche ich zu laut? Spreche ich zu laut? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum. Nein, das glaube ich nicht. Hayır, benze öyle değil. Ja, du schreist viel. Ja, du schreist viel. Evet, çok bağırıyorsun. Wo hast du vorher gearbeitet? Wo hast du vorher gearbeitet? Daha önce nerede çalıştın? Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Daha önce hiç çalışmadım. Das ist mein erster Job. Das ist mein erster Job. Bu ilk işim. Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe zuvor in einer Baufirma gearbeitet. Daha önce bir inşaat firmesinde çalıştın. Mit wem? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kiminle çalışırca çalışırs. Bu proje de kiminle çalışırca çalışır. Bu proje de kiminle çalışırca çalışır. Bu proje de kiminle çalışırca çalışır. Bu..... Bu proje de kiminle çalışır. Bu proje bir yerim. Ich ging zu meinen Eltern. Einnämlere Gittim Ich ging zu meinem Bruder. Kördischme Gittim Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanumaz bi araba. Hanginize ait. Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Warum fragst du? Warum fragst du? Warum fragst du? Sollen wir einmal Schach spielen? Sollen wir einmal Schach spielen? Bir kere satranche oynayalım mı? Wir können einmal spielen. Wir können einmal spielen. Bir kere oynayabiliriz. Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Toplante kaçta başlayacaksın? Das Treffen wurde verschoben. Das Treffen wurde verschoben. Toplante ertelernde. Wurde es heute abgesagt? Wurde es heute abgesagt? Bugün iptal oldu. Wie ist das Wetter in Paris? Wie ist das Wetter in Paris? Paris te hava nasıl? Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Paris te hava lar çok sok. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich weiß im Moment nicht wie. Şu anda nasıl bilemiyorum. Willst du dieses Mädchen heiraten? Willst du dieses Mädchen heiraten? Bu kız ile evlenmek istiyor musun? Ja, ich liebe ihn sehr. Ja, ich liebe ihn sehr. Evet, onu çok seviyorum. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Emin deyelim. Doha çok austanıyorum. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Bir içki ist sehr missin. Ja, ich kann eins haben. Ja, ich kann eins haben. Evet, bir tane alabilirim. Nein, ich nehme medikamente. Nein, ich nehme medikamente. Hayır, ilaç kullanıyorum. Haben Sie Vorschläge? Haben Sie Vorschläge? Öneriniz var mıdır? Wir sollten sofort zur Sache kommen. Wir sollten sofort zur Sache kommen. Hey, man konuye başlamalıyız. Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema. Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema. Bu konuda başka önerim yok. Haben Sie Ihre Präsentation für morgen vorbereitet? Haben Sie Ihre Präsentation für morgen vorbereitet? Yarınki sonumu hazırladın mı? Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Son iki seifam kalde, sonra bitir misch olacağım. Haben Sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Haben Sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Çözüm için bir yol bulabildiniz mi? Ja, wir haben zwei Alternativen. Ja, wir haben zwei Alternativen. Evet, iki alternativen mi? Zözüm için bir yol bulabildiniz mi? Wir haben noch keinem Weg gefunden, das Problem zu lösen. Eniz çözüm için bir yol bulabildiniz mi? Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Yaklaşık olarak kaç Dollar marşalıyorsun? Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Ik verdiene 1000 Dollar pro Monat. Olık bin dolar kazanıyorum. Ich verdiene 200 Dollar pro Woche. Ich verdiene 200 Dollar pro Woche. Haftalık 200 Dollar kazanıyorum. Ist dieser Bleistift blau? Ist dieser Bleistift blau? Bu Kalem mavi mi? Ja, auch dunkelblau. Ja, auch dunkelblau. Evet, hem de koyu mavi. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Hayır, bu Kalem sarı renktedir. Wirst du ins Fitnessstudio gehn? Wirst du ins Fitnessstudio gehn? Sporsalonuna gidecek misin? Ich werde heute nicht gehn. Ich werde heute nicht gehn. Bugün git mei gehn. Ich werde morgen Abend gehn. Ich werde morgen Abend gehn. Yeren akşam gideceğim. Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Bu işi tamamlayabilecek misin? Ich kann das tun, und ich kann auch einen neuen Job machen. Ich kann das tun, und ich kann auch einen neuen Job machen. Bu ne yaparım ayruca yeni gelecek bi işe de yapabilirim. Es gibt zu viele Probleme. Es sieht so aus, als ob es nicht fertiggestellt wird. Es gibt zu viele Probleme. Es sieht so aus, als ob es nicht fertiggestellt wird. Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Bunun fiyatı ne kadar? 30 Dollar 30 Dollar Alles für 20 Lira Alles für 20 Lira Hepsi 20 Lira Warst du schon mal in Amerika? Warst du schon mal in Amerika? Amerika? Amerika'ya daha önce geldin mi? Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Daha önce gelmedim. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Bundan üç sene önce gelmiştim. Wie lange wird das Treffen dauern? Wie lange wird das Treffen dauern? Toplantının süresi ne kadar olacak? Eine Stunde wird ausreichend. Eine Stunde wird ausreichend. Bir saat ye teile ole jaktisch. Es dauert höchstens zwei Stunden. Es dauert höchstens zwei Stunden. En fazla iki saat sürecektir. Wie sah der Mann aus? Wie sah der Mann aus? Gelen adam nasıl görünüyordu? Der Mann war sehr besorgt. Der Mann war sehr besorgt. Adam çok endişeliydi. Der Mann war sehr wütend. Der Mann war sehr wütend. Adam çok kızgende. Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Heun die jemekleri çok seversen. Mein Lieblingsessen ist Pasta. Mein Lieblingsessen ist Pasta. Esedim yemek mekar nediş. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Yemek çok seçmam. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Bugün'e kadar neden gelmedin? Ich wusste nicht, dass du hier bist. 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 Ich denke, wer das Spiel gewinnen wird. Ich denke, wer das Spiel gewinnen wird. Ich denke nur an dich. Ich denke nur an dich. Sadece seni düşünüyorum. Wann soll ich zu ihnen kommen? Wann soll ich zu ihnen kommen? Nezaman sie sehr gernmemi istersen. Du kannst kommen, wann immer du willst. Du kannst kommen, wann immer du willst. Ist die die Sommerin gelebilissen? Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Akschame gelmeye ne dersen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kaatsch jesundersen. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Otuz jesundeyem. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Ich bin 25 Jahre alt. Tüm konuların üzerinden geçtik. Kommst du zum Endspiel? Kommst du zum Endspiel? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Billettim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wirst du direkt nach der Party gehen? Partyden sonra hemen gidecek müssen. Morgen gibt es eine Prüfung. Ich muss gehen. Morgen gibt es eine Prüfung. Ich muss gehen. Meine Mutter hat angerufen. Ich muss gehen. Meine Mutter hat angerufen. Ich muss gehen. Ich nehme erleden. Ich muss gehen. Was war das Thema des Treffens, das Sie im Büro abgehalten haben? Offiste düzenlediğin Toplantının konusu neydi? Es ging um die heute einigen Genekundenbeschwerde. Es ging um die heute einigen Genekundenbeschwerde. Bugün gelern müsterische Käyete ile ilgilide. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Sind Sie heute sehr beschäftigt? Sind Sie heute sehr beschäftigt? Bugün çok yön mussun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Bein ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Kim inle Yeshü Olsun? Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Frau. Kim inle Yeshü Olsun? Ich lebe mit meiner Mutter. Ich lebe mit meiner Mutter. Ein nehmle belikte Yeshü Olsun? Ich lebe mit meinem Vater. Ich lebe bei meinem Vater. Babamle Yeshü Olsun? Ich lebe mit meinem Bruder. Ich lebe mit meinem Bruder. Abimle Yeshü Olsun? Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Ich lebe mit meinem Bruder. 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 Oğlun hangi oyuncakları sever? Er liebt spielzeugautos. Er liebt spielzeugautos. Oyuncak arabalarını çok sever. Er liebt superhelden. Er liebt superhelden. Süper kahramanları seviyor. Haben sie schon einmal ein Auto gekauft? Haben sie schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce araba almış mıydın? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Param olmasına rağmen araba almam. Ich möchte kein Auto kaufen. Ich möchte kein Auto kaufen. Araba almak istemiyorum. In welchem bereich sind sie tätig? In welchem bereich sind sie tätig? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Ich bin im Marketing-Team. Ich bin im Marketing-Team. Pazaylama ekibindeyim. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Bilgi-Technologie lere ekibindeyim. Werden sie ihre Schulden heute abbezahlen? Werden sie ihre Schulden heute abbezahlen? Es fällt mir heute sehr schwer, zu bezahlen. Bugün ödemem çok zor. Ich kann sofort bezahlen. Ich kann sofort bezahlen. Hemen ödeyebilirim. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Orkedeşüm öradım, bil fiat bekliyorum. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Wer hat dieses Gemälde gemacht? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Wie lautet der alte Name dieser Schule? Bu okulun eski adı nedir? Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Er Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Er Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Wer ist an der Reihe? Wer ist an der Reihe? Şimdi kimin sırası? Ich denke, ich bin an der Reihe. Ich denke, ich bin an der Reihe. Sonnerim sıra bana gelde. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Sırakar deşimde. Was ist das? Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Bu bir çantadır. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Bu bir maser. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Bu iski bi arabadış. Für wen bist du hierher gekommen? Für wen bist du hierher gekommen? Kim in için burayı geldin? Ich kam wegen dir. Ich kam wegen dir. Sinin için geldim. Ich bin wegen meiner kinder hierher gekommen. Ich bin wegen meiner kinder hierher gekommen. Çocuklarım için burayı geldim. Çocuklarım için burayı geldim. Ich werde heute Urlaub haben. Ich werde heute Urlaub haben. Bu gün tati yapajım. Heute gehe ich einfach ins Bett. Heute gehe ich einfach ins Bett. Bougu sa de jete jom Ich bin ein wenig krank, ich werde mich ausruhen. Ich bin ein wenig krank, ich werde mich ausruhen. Ich bin ein wenig krank, ich werde mich ausruhen. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Ja, ich habe es aktualisiert. Ja, ich habe es aktualisiert. Evet, günceledem. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Heuer, henüz günceledem. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Chilichokseverim. Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ein seldien ichse jekhoengissidisch. Ich mag es, Wasser zu trinken. Ich mag es, Wasser zu trinken. Ich mag es, Wasser zu trinken. Ich liebe Fruchtsäfte. Ich liebe Fruchtsäfte. Meivessularini çok severim. Bist du zum Arzt gegangen? Bist du zum Arzt gegangen? Doktora Gittinme. Nein, ich bin nicht gegangen. Nein, ich bin nicht gegangen. Nein, ich bin nicht gegangen. Ich werde am Nachmittag gehen. Ich werde am Nachmittag gehen. Öğleden sonra gideceğim. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Hover Choksejak. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Hover Sog. Das Wetter ist regnerisch. Das Wetter ist regnerisch. Hover Ya Mulle. Es ist windig. Es ist windig. Hover Rüzgarle. Ist Tommi eine sehr ehrgeizige Einheit. Ist Tommi eine sehr ehrgeizige Einheit. Tommi çok hırslı birimidir. Ja, das sieht man in jedem Werk. Ja, das sieht man in jedem Werk. Evet, bunu her işinde göre biliyorsun. Wohneinheit. Wohneinheit. Sakin birimidir. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Yol da ki kazayı gördün mü? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Kazada üç araba çarpıştı. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Hayır görmedim. Was tun in Zeiten der Schulden? Was tun in Zeiten der Schulden? Ich studiere. Ich studiere. Ich studiere. Ich leze bücher. Ich leze bücher. Kitap okurum. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Musik yapıyorum. Wie lange studieren Sie schon Physik? Wie lange studieren Sie schon Physik? Ne zaman dann beri Physik çalışıyorsun. Ich arbeite seit fünf Jahren. Ich arbeite seit fünf Jahren. Beşildan beri Çalışıyorum. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Was ist das für ein Papier? Was ist das für ein Papier? Bukyalt nedir? Es ist Teil meines Physik-Notizbuchs. Es ist Teil meines Physik-Notizbuchs. Physik levt teremin bir parçası. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Se nin çantan dan düştü. Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Toplant ihr neden katılmıyorsun? Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Eine Seite bir Toplantım var. Ich muss dringend gehen. Ich muss dringend gehen. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Sınıfınızda kaç kişi var? In meiner Klasse sind 23 Leute. In meiner Klasse sind 23 Leute. Sınıfımda yirmi üç kişi var. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Sınıfımda eski dan otuzki kişi var. Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç dil konuşabiliyorsun? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Englisch und Almanca konuşabiliyorum. Wird das Projekt abgeschlossen? Wird das Projekt abgeschlossen? Projek tamamlanacak mı? Es gibt viele Problemen. Ich glaube nicht, dass es enden wird. Es gibt viele Probleme. Ich glaube nicht, dass es enden wird. Birçok Problem söz konusu. Biteceğini sanmıyorum. Es wird bald vorbei sein. Kısa süre sonra bitecek. Kennen Sie mich? Kennen Sie mich? Beni tanıyor musun? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Seni tanımıyorum. Jeder kennt dich. Jeder kennt dich. Herkes seni tanır. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Wo treffen wir uns abends? Wo treffen wir uns abends? Akşam nerede buluşalım? Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns vor dem Kino. Cinema'nın önünde buluşalım. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Wochen çıkt're or Chen neresi dersen orada buluşalım. Sonre say.